Im Video zu Verstärkerschaltungen haben wir gesehen, dass es knifflig ist, Schaltungen mit hohem Verstärkungsfaktor zu bauen. Viele Faktoren wie Temperaturdrift, Crossoververzerrungen oder Linearität müssen bedacht werden, um die durch die Schaltung verursachten Verzerrungen zu minimieren. Im Zeitalter integrierter Schaltkreise gibt es glücklicherweise eine große Anzahl an Mikrochips mit kompletten Verstärkerschaltkreisen. Eine spezielle Gruppe von Verstärkern bilden dabei die Operationsverstärker oder kurz OPVs. Ein derartiger Schaltkreis verfügt über 5 Anschlüsse. Für die positive und negative Versorgungsspannung, den Ausgang sowie für den invertierenden und nicht invertierenden Eingang. Operationsverstärker verstärken die Spannungsdifferenz zwischen dem invertierenden und nicht invertierenden Eingang. Untersuchen wir die Eigenschaften anhand einer ersten Schaltung. Als Versorgungsspannung fungieren zwei 12V-Akkus. Der invertierende Eingang ist mit dem Masseanschluss verbunden und der nicht invertierende Eingang ist mit einem Potentiometer verbunden, mit dessen Hilfe eine variable Gleichspannung an den Eingang gelegt werden kann. Wird über das Potentiometer eine Eingangsspannung von nahezu 0V am nicht invertierenden Eingang eingestellt, messen wir eine Ausgangsspannung von ebenfalls fast 0V. Wie zu sehen ist die Ausgangsspannung alles andere als stabil, die Anzeige des Multimeters bleibt nicht auf einem Wert stehen. Bereits bei leichtem Verdrehen des Potentiometers hin zu einer Eingangsspannung von plus 37mV messen wir eine stabile Ausgangsspannung von plus 11,7V. Der Verstärkungsfaktor von Operationsverstärkern beträgt üblicherweise 100.000 und mehr. Eine Spannungsdifferenz von 37mV am Eingang würde demnach eine Ausgangsspannung von 3700V hervorrufen. Wie im Video zu Verstärkerschaltkreisen erwähnt, kann die Ausgangsspannung die Versorgungsspannung nicht übersteigen, womit das Ausgangssignal abgeschnitten wird. Situationen, in denen die Ausgangsspannung gleich oder größer als die Versorgungsspannung wird bzw. werden müsste, bezeichnet man als Sättigung des Operationsverstärkers. Wird die Eingangsspannung auf einen leicht negativen Wert justiert, so messen wir eine Ausgangsspannung von minus 12,9V. Ein Operationsverstärker in diesem Modus bezeichnet man als Komparator, abgeleitet vom englischen Compare für Vergleichen. Die Ausgangsspannung steigt auf den maximal positiven Wert, wenn eine positive Spannung an den invertierenden Eingang gelegt wird. Bei negativer Eingangsspannung springt die Ausgangsspannung auf den maximal negativen Wert. Die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers ist entweder plus 12V oder minus 12V, womit angezeigt werden kann, ob die Eingangsspannung größer oder kleiner als 0V ist. Wird der invertierende Eingang mit einem Spannungsteiler verbunden, kann die variable Spannung am nicht-invertierenden Eingang mit einer beliebigen festen Spannung verglichen werden. Hier liegen minus 5,7V am invertierenden Eingang, womit die Ausgangsspannung ihren Wert beim Über- bzw. Unterschreiten von minus 5,7V am nicht-invertierenden Eingang ändert. Die feste Spannung kann ebenso an den nicht-invertierenden Eingang gelegt und mit einer variablen Spannung am invertierenden Eingang verglichen werden. Somit kehrt sich das Schaltverhalten am Ausgang um. Die Ausgangsspannung ist jetzt minus 12V, wenn die variable Spannung oberhalb des Schwellwerts liegt. Bei Erreichen eines vorgegebenen Schwellwertes kann ein Verbraucher am Ausgang des Operationsverstärkers ein- oder ausgeschaltet werden. Die Schaltung des Verbrauchers kann dabei gegen die positive Versorgungsspannung, die negative Versorgungsspannung oder gegen Masse erfolgen. Entsprechend wird der Verbraucher beim Über- oder Unterschreiten der Schaltschwelle eingeschaltet. Liegt die Eingangsspannung des Komparators nahe an der justierten Schaltschwelle, springt die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers ständig zwischen den Maximalwerten. Aufgrund von Rauschen überschreitet die Eingangsspannung die Schaltschwelle mehrfach, womit der Operationsverstärker seinen Schaltzustand jeweils ändert. Bereits minimale Änderungen der Eingangsspannung, hier wird der Spannungsteiler durch Körperkontakt verändert, lassen den Operationsverstärker in die eine oder andere Richtung kippen. Wie zuvor gesehen, zeigt ein Multimeter am Ausgang jetzt keinen stabilen Messwert an. Später werden wir sehen, wie dieses Schaltverhalten stabilisiert werden kann. Ohne weitere Beschaltung verstärkt ein Operationsverstärker die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Eingängen mit der sogenannten Leerlaufverstärkung. Um ein sinusförmiges Signal zu verstärken, ist ein Operationsverstärker mit einem Verstärkungsfaktor von mehr als 100.000 nahezu nutzlos. Eine Sinuskurve mit einer Spitzenspannung von nur 100mV zwischen den Eingangsklemmen wird zu einer Rechteckspannung am Ausgang des Operationsverstärkers. Indem ein Teil der Ausgangsspannung zurück zu dem invertierenden Eingang geführt wird, kann der Verstärkungsfaktor des Gesamtstromkreises jedoch verringert werden. R1 mit 2,7kOhm und R2 mit 27kOhm bilden einen Spannungsteiler zwischen Ausgang und Masse. Der invertierende Eingang ist zwischen die beiden Widerstände geschaltet. Die Situation ist einfach, wenn 0V Spannung am nicht invertierenden Eingang anliegen. Die Ausgangsspannung und der daraus resultierende Spannungsabfall an R1 und damit die Eingangsspannung am invertierenden Eingang ist ebenfalls 0V. Was passiert, wenn die Eingangsspannung am nicht invertierenden Eingang, wie hier zu sehen, auf plus 0,48V justiert wird? Nun, wir messen eine Ausgangsspannung von plus 6,5V. Wieso? Ohne das Koppelnetzwerk aus den beiden Widerständen würde die Ausgangsspannung bei einem angenommenen Verstärkungsfaktor von 100.000 auf plus 12V schnellen. Mit dem Spannungsteiler wird von diesen 12V jedoch ein Teil der Ausgangsspannung auf den invertierenden Eingang zurückgegeben. Aus den Beziehungen im Spannungsteiler erhalten wir einen Spannungsabfall von 1,1V an R1 bei einer Gesamtspannung von 12V. Liegen plus 1,1V am invertierenden Eingang, so beträgt die Spannungsdifferenz an den beiden Eingängen jetzt minus 0,62V. Damit würde der Operationsverstärker jetzt auf eine Ausgangsspannung von minus 12V kippen. Das ist jedoch nicht zu beobachten. Die Spannung am invertierenden Eingang wird lediglich so weit erhöht, bis ein Gleichgewichtszustand erreicht ist. Durch Erhöhung der Spannung am invertierenden Eingang wird die Differenzspannung zwischen den beiden Eingängen reduziert, die Spannung am nicht invertierenden Eingang bleibt ja konstant bei plus 0,48V. Im Gleichgewichtszustand gilt, dass die Ausgangsspannung gleich der Differenz der Eingangsspannung multipliziert mit der Leerlaufverstärkung ist. Bei der sehr hohen Leerlaufverstärkung des verwendeten LM324N ist diese Differenz entsprechend sehr klein, mit dem Multimeter kaum messbar. Der Verstärkungsfaktor der Gesamtschaltung hängt ab von den Widerstandswerten von R1 und R2. Es ergibt sich der hier zu sehende Zusammenhang, der auf der Projektseite ausführlicher besprochen wird. Negative Rückkopplung durch einen Spannungsteiler reduziert den Verstärkungsfaktor eines Operationsverstärkers. Die Gesamtverstärkung der Schaltung bezeichnet man als Gegentaktverstärkung, die Ausgangsspannung wirkt der Differenzspannung am Eingang entgegen. Ihr erinnert euch an die aus mehreren Stufen aufgebaute Verstärkerschaltung? Mit einem Operationsverstärker wird die Anzahl der Bauteile deutlich reduziert. Wird ferner ein Potentiometer anstatt eines festen Widerstands für die negative Rückkopplung verwendet, ist die Gegentaktverstärkung sogar einstellbar. Erneut verwende ich Salzkörner, um die Bewegung der Membran am Ausgangslautsprecher sichtbar zu machen. Da bewegt sich doch was! Ein- und Ausgangssignal stimmen wesentlich besser überein als bei der ersten Schaltung, die Verzerrung ist deutlich kleiner. Neben der negativen Rückkopplung kann am nichtinvertierenden Eingang auch eine positive Rückkopplung erfolgen. Werfen wir einen genaueren Blick auf das Verhalten des Koppelnetzwerks der hier zu sehenden Schaltung. Wird die Schaltung an eine Spannungsquelle angeschlossen, sind die Eingangsspannung und die Spannung am invertierenden Eingang und damit auch die Ausgangsspannung 0V, jedoch bereits eine kleine, zufällige Änderung der Eingangsspannung bewirkt, dass die Ausgangsspannung entweder auf ihren maximalen oder minimalen Wert kippt. Hier ist die Ausgangsspannung hin zu ihrem maximalen Wert gekippt und die Eingangsspannung beträgt etwa plus 0,1V. Durch die Rückkopplung über den Spannungsteiler erhalten wir eine Spannung von plus 1,1V am nichtinvertierenden Eingang. Senken wir die Eingangsspannung auf etwa 0V, so bleibt die Ausgangsspannung stabil auf plus 12V und über die Rückkopplung messen wir etwa 1V am nichtinvertierenden Eingang. Selbst bei einer Eingangsspannung von etwas unter minus 0,2V messen wir plus 0,7V. Der Operationsverstärker kippt erst dann zur negativen Versorgungsspannung, wenn die Spannung am nichtinvertierenden Eingang geringfügig unter 0V sinkt. Das passiert bei einer Eingangsspannung von etwa minus 1,1V. Erhöhen wir die Eingangsspannung nun wieder schrittweise, so stellen wir fest, dass die Ausgangsspannung erst ab einer Eingangsspannung von plus 1,2V wieder hin zur positiven Versorgungsspannung kippt. Das Umschalten hin zur minimalen bzw. maximalen Ausgangsspannung geschieht bei unterschiedlichen Schaltschwellen. Eine derartige Schaltung nennt man Schmitt-Trigger. Hier wird der Schmitt-Trigger von einer Dreieckspannung angesteuert, wobei Ein- und Ausgangssignal von dem Oszilloskop angezeigt werden. Das Ausgangssignal ist auf dem Minimum, solange sich das Eingangssignal unterhalb einer gegebenen Schwelle befindet, und es ist auf dem Maximum, wenn sich das Signal oberhalb einer unterschiedlichen, höheren Schwelle befindet. Das Ausgangssignal behält seinen Schaltzustand bei, wenn sich das Eingangssignal zwischen diesen beiden Schaltschwellen befindet. Das Schaltverhalten mit den zwei unterschiedlichen Schaltschwellen nennt man Hysterese. Der Schaltzustand des Schmitt-Triggers hängt nicht nur von dem momentanen Wert des Eingangssignals ab, sondern auch von dem in der Vergangenheit. Die Ausgangsspannung kann bei einem Eingangssignal von plus 0.5V entweder plus 12V oder minus 12V sein. Es ist plus 12V, wenn das Eingangssignal zuvor oberhalb von plus 1.2V gelegen hat und nun auf plus 0.5V sinkt. Umgekehrt ist das Ausgangssignal minus 12V, wenn das Eingangssignal zuvor unterhalb von minus 1.2V gelegen hat und nun auf plus 0.5V gestiegen ist. Die Schaltschwellen hängen von den Widerstandswerten in dem verwendeten Spannungsteiler ab. Zum Schluss ein kleines Beispiel für eine Schaltung mit einem Schmitt-Trigger und einfacher Versorgungsspannung. Das Eingangssignal wird durch einen Spannungsteiler mit einem konstanten Widerstand und einem Phototransistor generiert. Wird der Phototransistor beleuchtet, sinkt dessen Widerstand, womit die Eingangsspannung ebenfalls sinkt. Wird die untere Schaltschwelle erreicht, sinkt die Ausgangsspannung des Schmitt-Triggers auf 0V, womit ein an den Ausgang angeschlossener Verbraucher, eventuell eine Lampe, ausgeschaltet wird, wenn die Sonne scheint. Ein Potentiometer fungiert als Spannungsteiler am invertierenden Eingang, womit die Schaltschwelle justiert werden kann, damit die Lampe bereits in der Dämmerung geschaltet wird und nicht erst in grellem Sonnenlicht. So weit zu den Grundlagen bezüglich Operationsverstärker. Weitere Beispiele werden folgen. Danke fürs Angucke und bis bald! 10시 feld in dem Jahr 10h30, Vers 53 10h30, Vers 44 10h30, Vers 44 10h30, Vers 45 11h30, Vers 44 10h30, Vers 44 15h30, Vers 45